Am Transport fasziniert mich vor allem ein Zusammenspiel von diesen verschiedenen Akteuren. Die SBW Cargo ist eine davon, die miteinander tagtäglich sicherstellen, dass die Ausforderungen im Transport und in der Logistik so gemeistert werden können, dass unsere Kunden, die Kunden der Migros in der Verkaufsstelle, gar nichts davon merken. Am Transport fasziniert mich vor dem Transport, dass die Fahrzeuge anbelangt, die sich als die Fahrzeuge anbelangt, dass die Fahrzeuge anbelangt, die Menschen, die die Fläcke anbelangt, die sie aufstehen, die die Schmerzen anbelangt. Die Menschen sind interessiert, sie sind interessiert, sie sind interessiert, sie sind über unser Arbeit und sie sich nicht immer daran daran erinnern. Für mich persönlich ist faszinierend an der Logistik, dass wir alle über sehr breite Sortimente verfügen, an allen Orten in der Schweiz nahezu große Auswahl haben von Produkten, die in der ganzen Welt produziert und beschafft werden, das macht nur Logistik möglich. Logistik ist das Blut im Wirtschaftskreislauf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017